Guten Tag und herzlich Willkommen hier wieder zurück bei Shadow Warrior Smile. Shadow Warrior! Das musst du immer machen, ne? Shadow Warrior! Ich kann das nicht ändern. Gut. Oh, warte mal, ich muss hier mal... Das geht so nicht. Oh, das ist ein Lolo. Javelin braucht keinen Mensch. Du Fischi. Verletzbar durch Feuer, widerstandsfähig. Es ist doch unglaublich, ey. Nimm mein Eis. Es ist Vanille! Wuh! Verletzbar durch... Ah, ja, ok. Weiter! Hihi! Ach, schön. Ja, wir müssen das Dorf retten heute. Ja! Der Dorf wurde überfallen. Überrannt. Die Schweine. Währenddessen wir uns mit irgendwelchen Schlacke Scheiße auseinander... Oh, oh. Oh, fett Boss. Oh, warte mal, da habe ich eine Idee. Oh! Fire in the hole! You're the hole by the way! You're the hole! Oh! Oh! Oh, oh, oh! Hast du nackgeladen? Ach so, ich hatte keinen Huni mehr. Gift! Oh! 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 Oh ja! Oh! Oh! Die macht wirklich gut damage! Also, dieses Gaussgewehr, ne? Wahrscheinlich ist es einfach sehr, sehr gut mit... Oh! Nee! Der mag... Habe ich. Oh! 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 Oh, was? Oh, Drecksvieh. Krass. Ja. Ey, diese Granaten machen schon sehr viel Schaden. Yes. Oh, was für zu. Da lebt noch was. Ja, doch eine große Drohne. Mutti, ne Mutti Drohne. Mama. Mama. Okay, warte mal. Und sind noch zwei Kisten. Rechte reich. Was bist du denn hier? Geld. Geld. Die Däckerperlose. Oh, nicht mehr so viel Schuss wie die schöne Gauss. Oh, no. Oh, Hase. Ja, mach mal. Na. Ah, ich treffe dich. Jetzt. Oh, ich hab immer so Angst, dass dann der Hasenfürst direkt kommt, ey. Okay, ich drück mal. Ich brauch wieder ihr Däumchen. Wenn sie es so weit gemacht haben, sind sie wahrscheinlich all die Weg in Smith's Inner Sanctum. Richtig! Hey, ich kann uns da schnell oder ich kann uns da lebenswürdig. Qualität, mayhem, braucht Zeit, du weißt. Okay, okay. So, jetzt sind wir im Dorf. Na, mal gucken. Oh ja, das Dorf. Okay. Wen soll ich hauen? Hideo. Hideo? Das ist Hideo. Hier, ihr wollt ihn schon abschießen. Ach, ich mag ihn, den Kerl. Ja, der ist schon ganz cool. Oh, Alter. Was denn? Die ganzen Leichen, ja, dieser Leichenberg. Ja, dabei waren hier gar nicht so viele. Ah, guck mal, hier geht's lang. Oh. Oh. Natürlich, natürlich, ins spinnenverseuchte Kanalrattenloch hier. Kanalrattenloch, du. Wanga Banga. Oh, Turtles. Wanga Banga, geil. Wanga Banga, geil. Wanga Banga. Okay, speicheriertes Punkt. Oh, nee. Und jetzt geht's wieder hier los. Jetzt geht's wieder los. Oh, wie ich's hatte. Achtung, hinter dir ist was aufgetaucht. Oh, Gott. Verletzbar durch Eis. Hab ich gerade. Gift. Gift, 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 gift. Ich hätt mal, ich hätt, glaub ich, gern mal Raketen, die giftig sind. Boah, Wuckel. Boah. Die, Alter, sehr gut. Hier ist hinüber. Ich hab das Ding hier gleich. Ich hab das Ding hier gleich. Yes. Wow. Hinter dir. Nice. Das war krass. Oh, Mann, ey. So ein richtiger Action und schießerein und so, das hat mir richtig gefehlt, ne? Wie kommen wir? Ach so. Ja, man muss manchmal schießen. Das ist wichtig. Da seien wir hoch. Okay. Was ist denn hier? I don't know. Ein Geheimnis vielleicht? Nee, da müssen wir sogar lang. Mann, du nimmst aber auch immer die offensichtlichsten Wege. Nein, ich dachte, das wäre geheim. Ja, weiß ich ja, deswegen. Oh. Hallo? Kamiko. Anybody home? Oh. Oh, sie ist weg. You okay? I don't... Oh. It was like... It was like being stabbed by a thousand fiery knives. Oh, shit. Was it the same stuff they shot you up with before? I think so. What's your body doing now? My body? My body. My body, I can't feel it. I can't feel it at all. Oh, this is bad. Yeah, thanks for the update, Captain Obvious. Hier ist Larry. Larry, Alter. Ach, man kann hier mal in Sachen kaufen. Das ist ja Quatsch. Oh, sehr gut. Ausschuss. Okay, Raketen. Etwas Neues. Den Massenmörder. Das ist ein automatischer Granatwerfer. Wow. Und was hat er schon eingebaut? Feuerfrequ... Hier, Strom. Ja, toll. Jetzt habe ich mir gerade... Das ist eigentlich gut, ne? Komm, den nehme ich mal mit. Ja, nehme ich auch mit. Komm, den nehme ich mal mit. Okay. Den Rest später. Ja, Moment. Den Rest später, Peter. Nee, jetzt... Jetzt... Hier hat Munition und alles. Willst du da jetzt nochmal... Ich kaufe gerade Munition. Ja, gut. Okay. Ja, okay. Was ist das hier? Mittelschwer. Habe ich die gerade verkauft oder gekauft? Der Pfeil muss in den Wagen zeigen. Kaufen. So. Habe ich gerade irgendwas verkauft. Pfeile, Projektile... Brauche ich eigentlich nicht. Okay. Okay. Wenn ich jetzt gleich alles verkauft habe, bin ich sauer. Okay. So, warte mal. Fujin. Raus. Massenmörder. Rein. Alles gut. Oh, yeah. Oh, wow, wow, wow. Ach, das ist die neue? Wie schießt die? Oh, ein kleines Bettchen. Oh, wie süß. Das muss... Das muss kleben bleiben. Oh. Die muss kleben bleiben. Die Fujin. Wie kriegen wir denn... Haben wir sowas? Nee, Massenmörder, meinst du? Das Projektile kleben... Ja, ich habe sowas gerade. Sehr gut. Äh, das ist Saftes. Oh, das wäre schon heiß, ne? Ich habe jetzt gerade... Ich habe die umgebaut. Weil ich habe, glaube ich, nur eins davon gehabt. Unter welchen... Unter welchen Reiter ist denn das Ding? Ähm, na bei den... Warte. Bei den Raketwerfern. Nee, ich meine bei Upgrades. Oh, ich bin so blöd. Gib die falsche Waffe. Ich habe die falsche Waffe. Ja, du hast die Fuji genommen. Ja, Mann. Du musst den Waffenwörder nehmen. Ja, Mann. Anfälligkeit, das wir auch einfach haben. Also, jetzt guck mal, das kleine Bällchen. Das bleibt jetzt auch kleben bei mir. Tut's nicht. Ja, pass auf, Larry. Entschuldigung, aber du... Was? Ja, das klebt nicht. Ich habe aber auch Kleber drinnen. Vielleicht ist Larry auch einfach... Ein krasser Typ. Ja, der hat so eine Wand. Weißt du, gibt ja so Leute. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Smith? Oh, nein. This could be a problem. Ah, good to see you. Both of you. What happened? Kamiko's body when it mutated and broke free. It was, it was raging. Incoherent. It came after me, but I couldn't bring myself to harm her. Wait, I killed him? Try not to move. I'll get help. The Yakuza must have some... I have tried. This wound is imbued with some sort of dark potency I'm helpless to resist much longer. Indeed, I believe I have reached the end of my wound. Okay, das ist hier aber gleich drüben irgendwie, genau. Ja, 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 wir müssen uns beeilen. Müssen uns beeilen. Hier oben, oder was? Der Master, der Master verreckt. Äh? Ach so, jetzt müssen wir, genau, jetzt müssen wir durch Hideous, ähm, jetzt kriegen wir auch die Waffe. Holy Guacamole. Ja, auf die habe ich gewartet. Das ist ein Maschinengewehr. What? Das ist immer mein stationäres Geschütz gewesen, das Ding. Das Ding war mein stationäres Geschütz. Das war so gut. Okay. King Skeletor, I love you. Das ist schwere Feuerwaffe. King Skeletor, schwere Feuerwaffe. Der Fürst, es war schön mit dir. Tschüss. King Skeletor. Tschüss. Tschüss. Eis. Ähm, Eis, ja. Mach mal Eis. Ja, ja, ja. Du hast immer so viel Eiszeug. Du hast, glaube ich, zu viel Eiszeug, Lady. Ich habe zu viel Eis, ja. King Skeletor. Das wird der Hammer. Ähm. Bam, okay. Krass. Okay. So sieht das nicht total aus. So ist er aufgestellt und das als Maschinengewehr als schweres. Das ist schon echt nice. Geil. Ich meine, diese Funktion, dass du das halt auch aufstellen kannst, ist halt mega gut. Okay, schnell, 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 schnell. Ach so. Ich lauf falsch. Ich lauf falsch. Ich bin falsch gelaufen. Was ist das denn hier? Mann, irgendwas hat mir hier an meine Mangelhaut heute. Yole. Hey, der hier. Siehst du das? Was ist da? Hey, der hier. Oh, guck mal, hier ist ein Geheimnis. Glückstatue. Oh. Bei den Kondomen auf dem Tisch. Wo gehst du denn hier wieder raus? Hier? Ja. Ja. Hier. Hier, ja. Schnell, ich muss da schnell hin. Hallo, junge Menschen. Dies ist ein auspischendes Moment. Ich habe meine finalen Meditation complete. Lass mich mit ihm sprechen. Was müssen wir mit dem Flasch machen? Schau es sicher, bis du eine Chance findest, um es zu Kamikos Körper zu ermöglichen. Es wird sie heilen. Dann wird sie mehr, dann muss man einen Chi-Bender bewegen. Um, um das zuvor in die Luft zu verbrechen. Um, um es zuvor in die Luft zu schreiten. Um, um es zuvor. Um es zuvor. Um es zuvor. Ich muss ihn mit ihm sprechen. Oh, du meinst, wie... Willst du mich sprechen? Okay, okay. Smith, Kamiko will mit dir sprechen. Ich bin wirklich nicht sicher, wie es das geht. Smith? Woah, wie das, glaube ich. Ja, Kind. Du kannst nicht sterben. Ich habe Angst, dass du verstanden bist. Du hast mir gezeigt, dass ich etwas wert war. Und dass ich etwas mehr kämpfe, um etwas mehr zu werden. Ich habe nur gesehen, was bereits da war. Es ist eine rare Situation, wenn eine Person wirklich helfen kann. Das ist ein Geschenk, du hast mir gegeben. Was würde ich tun, ohne dich? 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 Lass dich hier. Seid ihr euch selbst. Seid ihr die Welt, wahrscheinlich. Seid ihr nicht aus der Worte, Kind. Seid ihr in es. Seid ihr in es. Du musst nicht finden deinen Weg. Ja? Ja? Ja. Haha 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 You can have my dick jokes when you pry them from my cold dead wang Ohhhh I will never talk to you again! Finally! Wow Ehe Krach im Hause wang Ja Smith sah hin Ja schade, der war nett Obwohl, guck mal, seine Lebensleistung ist noch voll Ja geil Der belügt uns, der hat einfach nur keinen Bock mehr Ja, ich glaube auch. So, wir gehen jetzt mal zum Hauptplatz Ja Waaang Oh Oh Gott, oh Gott Holy Shit Das ist Kamiko Sie kämpft ja schon Sie kämpft schon Jaja, und die hat fiese Tricks drauf Mein...Stell hin, wang Wang, stay hin Oh, okay, ich hätte jetzt nicht nachladen müssen Ah scheiße, du musst in den Dücken bleiben Ja Ah Shit Oh Oh Gott, oh Gott Oh 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 no Oh ja Oh ja Ja natürlich Das geht ja gar nicht Das ist ja gar nicht möglich Das ist ja gar nicht möglich Oh 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 jetzt kommt jetzt kommt hier doch wie ist das jetzt dauerhaft hier und immun gegen schrumpen verletzt man durch kräft diese wände das ist total op scheiße wir müssen jetzt wirklich erst und die kleinen töten ja das ist ja viel zu schwer immun gegen eis ich bin gleich tot halte ich habe ich schon also bin ich schon ich wollte noch mal so ein munitionsschrein oder so ach ja munitionsschrein ich bin so überfordert gerade ja mein munitionsschrein ist schon aufgebraucht immun gegen eis aber da war doch einer da oh scheiße wo ist er hin immun gegen eis mann was ich muss hier durch vorsicht wand kommt alter widerstand sich gegen feuer cool wo ist das ist das der einzige ich glaube schon verletzt man euch jetzt ich komme nicht ran ok achtung ja was schattenzorn du kannst du möchte die technik am schattenzorn aktivieren indem du die geist keine voll ist um schattenzorn aktivieren drücke z wenn die anzeige der geistquelle voll ist hä ja sie ist doch eh immun guck mal ihn später an ach so oh shit oh gott oh kamiko du alte kackbratze kackbratze ha 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 oh 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 das war glück wo ist die ach so hä scheiße äh kratte kacke oh 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 das ist nicht gut das ist nicht gut jolle oh shit oh man oh ho 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 ich geh ja auch mit dem schwert ran schön auf die kleinen weinten ich weiß grad nicht wie viel wie viel schaden das so macht nicht wirklich viel okay das ist meinst du oh oh ich hab halt keine was für mich denn doch ich hab nur da kampfwaffen die doch krass werden ja kamiko wie soll ich denn da ausweichen okay das macht so 200 beziehungsweise das ruckig gar nicht aber die materie ja ja das ganze bild wackelt oh man oh shit oh oh so leute ich brauche jetzt mal hier ich brauche mal kritischen schaden äh ich brauche mal kritischen schaden oh nein ich bin schon wieder geblieben oh jetzt portet sie sich schon wieder ja ha 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 mal heilen oh man die raketen treffen über dich das ist das ist überhaupt nicht lustig oh oh voll ins gesicht das ist einer von diesen wie die lobeng Witze oh man weg hier die machen jetzt gar keinen kritischen schaden der raketenwerfer oh oh nein nein coming go oh man ja immer auf mich das sieht gut aus sie hat nicht mehr viel leben Ja, sehr schön. Schieß mal drauf, ich hab zu tun. Ich hab zu tun, sagt sie. Ich muss noch einkaufen. Ah, was? Oh Gott, oh Gott. Ja, ja. Continue. Kannst du dich die Waffe noch mal aufstellen? Ah, no, ich hab keinen Mutti mehr. Oh, oh, oh. Ah. Aber was ich noch habe, ist unser schönes Gauss. Sehr schön. Oh, wenn sie sehen, da ich... Oh, jein. Das ganze Bild schüttelt. Oh nein. Fuck. Falsche Richtung. Ey, wat ein Boss. Warte mal, ich hab nochmal Muni gekriegt. Sehr schön. Ich muss nur so ewig langsam nachladen. Oh, das sieht gut aus. Ja, die Waffe ist sehr schön. Oh, das sieht gut aus, Jorli. Ja, ich sag ja, die ist gut. Nee, ich war jetzt generell. Oh. Oh, ich scheiße. Ja, komm, komm. Nee. 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 Oh, das ist... ...inconvenient. You idiot, you let me get away. Easy with the insults, lady. Let's not forget who's driving this bus. Oh, believe me. I remember. Okay, so let's just... An idiot! Okay, let's go. Where? Anywhere but here. Oh, Wang. It has been too long. Amiona? Is that you? What you see is but a reflection. I am in my temple. Hey, listen, I'd love to catch up, but I kind of have the entire world up my ass right now. Can we, um... Come. Take refuge with us. We will succor you. Excuse me? It is the least I can do for my brother's dear companion. Actually, that sounds pretty good right about now. It is settled then. Look for me between my mountains. In the valley where the sun does not shine. Farewell for now. Dude. What? Her. I knew she was an idiot from the papers, but that gave me full-body douche chills. You don't have a body. Details. She's a freak. And she was hitting on you. So, we have a little history. I don't see what choice we have. She's offering us refuge. She's offering us a one-way ticket to Creeperville. Good thing you're not driving. Wow. Erstmal das Zeug holen. Erstmal das ganze Zeug holen. Oh, hier ist eine Kugel. So eine lila, ne? Ein Mensch, der nicht selbstständig denkt, denkt überhaupt nicht. Oscar Wilde. Ja, warte. Ich habe auch noch einen auf Lager. Alle Götter werden irgendwann zu Dämonen. Robert Anton Wilson. Okay. Hm. Apropos, wir wurden gerade von einer Dämonin, ja, du hast es richtig gehört, eingeladen, bei ihr unter, also Unterschlupf zu finden. Yes. Von einer Dämonin, ich würde es nochmal gesagt haben. I like it. Das hört sich total vertrauensselig an. Ja, ich habe überhaupt gar kein Problem damit. Ich vertraue ihr voll und ganz. Und das wird überhaupt gar kein Trick sein. Der Altar ist nochmal aufgeladen. Digga. Was ist aufgeladen? Der Altar. Welcher? Hier, hinter mir. Hier ist wieder aufgeladen. Kannst du ihn nochmal zurück holen. Nee, bei mir nicht. Echt? Bei mir war er nochmal aufgeladen. Aber wahrscheinlich, weil ich ihn dann zuletzt gerade nochmal geholt hatte. Ja, aber ich glaube... Wir müssen jetzt... Boah, war das ein Kaffee. Das war krass. Das war krass. Scheiße war das. Oder würde ich sagen, machen wir jetzt auch mal eine Pause. Wir haben jetzt hier die Session auch wieder am Ende, oder was? Ja, weiß ich nicht. Ja, das ist so. Ja, ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Leute, also ab und an kann es dann sein, dass ihr mal ein, zwei Tage Ausfall habt. Ja. Wir kommen nur einmal in der Woche dazu und sieben Folgen ist dann schon... Ja, es ist eine Menge. Gerade bei so einer Action hier, es ist... Ja, also nicht wundern, wenn es mal ein, zwei Tage nicht kommt. Dann wisst ihr, ist ja schon mal vorbei. Jo. Und dann kommt es aber bald wieder. Wir spielen ja jetzt offensichtlich das Spiel komplett durch. Weil jetzt aufhören, das geht ja nun nicht. Wir müssen das jetzt noch hier verwangen, alles. Klar. Yay. Yay. Ja, cool. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Bis nächstes Mal. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Haut rein, Leute. Tschüss.